was klar meine freunde ein hier und willkommen zu einem neuen video mit ender fester 64 gefestspiel regeln hören wir uns nicht an auch mann hätten noch wieder 90 minuten da sitzen können das hat auch spaß gemacht nach drei sekunden obwohl er nicht auf aber da wieder ohne machen oder das ist eine spezielle bühne schon ein donkey kong brauchen wir die serie müssen wieder sein eine fotze ja wenn schon fotze macht zum vollprinzip für good choice dann machen wir mal gleichberechtigt dornen dürrwüste haben ja beim letzten part gemacht also geht es weiter in woody's lehnt dann die gruselgrotte und dann noch ein weiteres brett das erst mal freischalten muss so ein bisschen mal vorrücken wir wollen ja hier beginnen mit dem betrug ja vor allem dieser ganze betrug ja dieser betrug kriegt mich so auf mal gucken ob du dieses mal ein bisschen mehr glück hast denn bei den letzten partier da weil das glück doch wohl bei meiner seite naja vielleicht in den letzten zehn parts bei deiner seite außer ein paar von den letzten zehn parts wo der betrug sich gemacht hat beim schankstein ja ich hab wirklich jedes gewonnen außer einmal wegen schankstein nicht ich unterhalte wieder mal die zuschauer wenn dessen er das würfel hinaus zögern also guck mal dass er auszögern bringt doch voll viel ist ja das aufgefallen weil ich die scheiße immer so hinauszögern kriege ich werde ich immer erster der maro part 3 war ich bis jetzt immer nur ein immer als erstes dran also das ist jetzt das vierte brett oder das ist das vierte brett auf dem glück nur ein 4 war eine 1 zu 4 chance ich fand das letzte mega kacke rechne so 1 2 3 4 5 6 ich käme auf Duell oder 1 2 3 ach komm hatte ich so hat jetzt gleich einer gar keine münzen mehr es sei denn es geht hier um null coins was war das für eine scheiße ja der kumbach kein bock auf ein Duell schon so früh die k was kann eigentlich die kettchen abgezogen sein außer Donkey Kong wir müssen uns irgendwie scheiße überlegen du mal Kong zumal Kong ja jetzt da hätte ich nicht zuletzt da weil du nicht auf ein grünes feld gelandet bist weil du ja unbedingt ein ttt-tt-tt-t-t das weiß ich warte 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 ich will meine regeln ich würd sagen a drücken um zu steuern und analog stick um sich zu drehen hä denn warum brauchst du den vorteil Ja, ist doch so, oder? Ich check gar nichts. Du musst halt mich runterwerfen. Nein. Scheiße. Aber Donkey Kong ist der Purmo. Scheiße, so eng. Ah. Scheiße. Doch Donkey Kong kann es nicht stehen. Nein! Aber der war schon geplättet. So betrug, gehen wir. Ah, ich hab meine Hand weh getan. Guck mal den fetten Zack, der unten an der vierte ist. Fieße immer so geil, wie du dich selber beleidigst. Ist doch wirklich so. Hier drehte ich bei jedem die Richtungen. Drehe ich hier bei jeder Runde einmal rum. Komm, Alter. Mach Duell. Erstmal mal gucken, wo der Stern ist. Der scheint da zu sein. Und jetzt mal gucken, wo jemand da rankommt. Hier hoch. Nach da. Und dann nach da. Du kannst du selber machen. Du kannst... Nein! Du kannst du selber machen. Und was krieg ich? So ein Arschloch. Ich wünsche mir so sehr, dass ich gleich Beraubtruhe ziehe. Das sieht nicht gut aus für dich. Ich muss schneller Coins rankommen. Und die Kay hat irgendeine Tacke gekriegt. Nee, grad nicht checke. Oder ist es wirklich ein dummer Kong? Ein dummer Kong. Bitte. Porträt perfekt. Schaukelt, okay. Das ist eh so ein Glücksspiel. Weiß ich mal, was das war. Ach so, das. Wiederholen. A, B oder A, Z. Ja, das kennt man doch noch. Das ist so kacke. Nur man darf mich übertreiben, wegen dem scheiß Pferd. Ja. Ist auch viel Taktik dahinter. Scheiß Dreck. Hä? Ich glaube, du hast zu lange gedingst. Ja. Komm, komm, komm. Das wird knapp zwischen mir und Donkey Kong. Komm, komm. Yes, yes. Oh, jetzt. Ich kann es gewinnen. Bitte. Oh, yes. So, Betrug. Was war es jetzt hier für ein Betrug? Das ist immer Betrug, wenn du gewinnst. Es ist immer Betrug, wenn ich gewinne. Ja. Ich werde mal sagen, gleich mit Betrug. Oh. Oh. Nein, das ist auch Betrug. Es wird wohl noch ein bisschen dauern. Oh. Was macht er da? Was macht er da? Was ist doch ein Donkey Do? Hahaha. Oh. 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 Donkey Do. Oh. 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 dritte es ist eigentlich auch möglich die ganze Pizza wegzukriegen ich weiß nicht ich habe versucht, die ganze Pizza wegzukriegen. Ja. Alter. Ach, schade, wir hätten beide die ganze weg gehabt. Ach, echt schade. Und dann kann der... Gib uns die Coins. Gute, gib uns die Coins. Amsinnig im Angebot. Telekauf, was ist das? Da kann man nochmal einen Shop öffnen. Mittendrin. Ich hole mal einen Telekauf. Komm, gib uns das dann ein bisschen lokal. Kann ich mir nicht nochmal was holen? Nein. Das ist ein mega Betrug. Komm, ich löffelst du hoch. Ich will doch kurz gucken. Eins, zwei, drei. Also niemand kommt hier gerade dran. Ist es möglich, dass hier noch einer dran kommt? Ich habe keine Chance, das ist auch keine Chance. Na, die Logik eigentlich nicht. Mal gucken. Scheiße. Was? Das dreht sich ja. Egal. Ja, aber die muss man auch nochmal reden. Ah, nee, die. Ja, ist alles gut. Alles gut. Okay, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Okay, dann gehe ich da lang. Du hast eine Sache mit berechnet. Also die geht ja hier lang. Was? Was habe ich nicht gerechnet? Der ist ja verrückter Pilz. Gibt es? Damit hast du nicht gerechnet, oder? Ja, aber mal gucken, ob du überhaupt dafür klug genug isst. Aber man sagt, es bringt ja das auch nichts. Dann geht es halt zurück. Aber dann muss er ja noch einen weiteren Zug machen, um dann wieder vorzugehen. Bis dann habe ich aber schon längst die Zauberlampe gemacht. Ich mache es besser alleine. Du. Och, was? Habe ich den Vorteil oder den Nachteil? Du hast den Ultranachteil. Die einzige Chance, dass du gewinnst, ist dem die Computergegner so heftig scheiße worden, dass es nicht mehr mitfüllen ist. Warte, wie kann ich schwimmen? Wie kann ich schwimmen? Mit A. Ja, aber das geht nicht. Das ist so ein perfektes Spiel wieder. Ich schreck mich wieder so hart auf. Und landest genau auf die Bank. Oder auf Toe, du kriegst Items. Das ist so gut. Oh, so mittel. Ohne wird sich hofft auf die Glocke. Glocke ist natürlich genial. Die ist aber nicht dabei. Kann ich auch mal kacken. Ja. Aber Zeit für die Lampe. Kannst du halt, dass du neben deiner Party eine neue Farbe kriegst? Ja, das sieht an jeder Party anders aus. Bei Party 2 ist er einmal um die Welt geflogen. Oh, da ist ja direkt Chance-Time. Hat er doch noch einer 1? Oh, in meiner Nähe. Ich muss nur noch ein Minigame gewinnen und darf jetzt hier nicht zu viel würfeln. Wenn es ein Glücksspiel ist, bin ich glücklich. Es geht schon wieder um nichts. Wenn es jetzt hier schon wieder um nichts geht. Was ist da los? Was ist das? Also, hier kommt mal keine Duelle. Alle sind hier aufgrund. Ich habe den Titel schon für das Spiel. Wie? Keine Duelle? Da gezeichnet. Glücksgolf. Das ist ein Wunder, dass es da so Fragezeichen ist. Das haben wir doch schon gespielt. Ah ja, stimmt. Da, wo du der Geilste warst. Aber vielleicht auch nicht. Du warst eher der Geilste. Ja, na guck mal, ob ich dieses Mal besser hinkriege. Ich muss sogar noch starten. Da kam ein Ramp. Wenn man startet, ist es immer schlecht. Man kann die Laufbahn nie. Boah, knapp. Aber es wird eh sicherlich noch einer reinballern. Da bin ich mir ziemlich sicher. Alter, Talent, gell? Okay, deshalb ist noch die Führung. Ich glaube, das ist zu viel. Oder genau, warte. Scheiße. Warte, wieso geht es nicht hoch? Muss nach unten. Das ist ja umgedreht, warum auch immer. Aber es wird nichts. Scheiße. Jetzt bist du hier der Profi. You are the best of the world. Oh yes. Snow, 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 snow. Dauerschlein. Kennst du das? Du bist so gerade, du hast dir was bestellt. Das kommt nicht an. Und wo ist es an? Ja. Ja, guten Tag. Das ist kein Mitarbeiter, sie ist erreichbar. Sie können aber ruhig erwarten. Bleiben. Eine Stunde, ich bitte. Guten Tag. Momentan ist... Kennst du das? Boah, Schwester, das ist so wieder so eine scheiß Kacken. Das ist doch ein zurückgegangen. Ja, ja, ich klatsche. Ist er ein Glücksspiel dabei? Popilen, Polka, das kennen wir doch schon. Ist er ein Glücksspiel? Nein. Nein, nicht das. Das war schon am letzten Mal ganz gut. Ich kann nicht. Das war schon. Ich kann nicht. Untertitelung des ZDF, 2020